So, seid ihr bereit? So, mein Call. Ah, wir sind ja gleich zusammen. Ohne einmal am Haken zu hängen. Pass auf. Hier, pass auf, kommt in meinen Rucksack. Läuft doch nicht weg. Das ist die Mörse, ich weiß, dass ich weiß. Oh nein, ich kratze. Hier an der Killer-Shake ist ein Gen, ne? Irgendwie ist hier, das ist jetzt Pavel, der Sportler. E-Sportler. Okay, wir machen uns zu dritten Gen. Martin, was machst du gerade? Gen. Oh, Einzelgänger. 5 Dollar, dass wir zuerst mit unserem Gen fertig sind. Er kommt direkt zu uns gelaufen. Wer? Martin? Martin? Ja. So ein Ganobe. Schade, mein Kuhn hat es erwischt. Ming-Ling, Ming-Ling ist weg. Geh wieder in die Shack. Nicht hierher mit der, oder? Wieso, wo bist du denn? War in der Killer-Shack, ich bin jetzt auf Abbrauen. Ja, warte, ich komme. Ja, ich bin schon weg. Ich bin gerade tot, um damit ich kurz daheilen kann. Aua, ah, verdammt. Ja, gut, gut. Habe ich nicht ganz outplayed. Aber die Nurse ist halt auch so extrem wässig, ne? Kannst halt nicht aufbrennen, die Alter. Na, du kannst schon, also wenn die anfängt, sich zu teleportieren, musst du ja nur umdrehen, ne? Dann läufst du wieder zurück, aber... Kann man versuchen, oder? Dankeschön, Moritz. Du hast einen richtig starken Bizeps, ist mir gerade aufgefallen. Irgendwo wirst du hingehören? Äh, hinterm Stein, ich heile mich. Wolltest du mich heilen? Spare ich mir Verbandskasten. Du könntest, also wenn du nichts dagegen hast, kannst du ruhig ein bisschen schneller machen. Ich habe ganz schön viel Blut verloren. Kann das sein, dass wir unsere Tage haben? Boah, da ist schon wieder einer rausgelaufen. Da ist schon ärgerlich ohne Tampon, ne? Wenn der Liederweise einfach das Blut rausfällt. Ja, sieben Tage lang bluten, ohne zu sterben. Und das alles nur, weil sie den Apfel geklaut hat. Ich muss das Fläscher gehen. Jetzt hängt... Ich hänge ihn gleich ab, ne? Hm, bin doch nicht so. Oh, komm mal runter. Ich mach mal direkt den Jenner am Haken. Ja, wir dürfen nicht alle Jens hier drüben auf der Seite machen. Äh, ich bin jetzt auf der anderen Seite von da, wo wir angefangen haben. Bin einmal rübergelaufen. Martin, ich seh dich. Mit wem spielst du da? Gesehen. Weißt deine Mutter, was für brutale Freunde du hast? Gesehen von mir, brutal gut aussehend. Geht. Du hängst ja echt noch gar nicht. Ihr sollt da hinten, äh, nicht den Jenner machen. Ne, mach den kurz. Bis kurz, bevor er fertig ist. So. Dann müssen wir jetzt zu Martin. Ist der Randy da hinten immer noch dran? Hoffentlich. Ich glaube, das ist Pari. Ja. Wieso? Was, was denn mit dem Jenner hier? Wenn wir den Jenner auf der anderen Seite da hinten machen, dann haben wir dann nur noch die in der Nähe sind. Achso, also soll ich den nicht fertig machen? Nein. Okay, ich höre gleich auf. Ich bin gleich fertig. Oh, Martin. Oh, Martin. Oh, Martin. Habt ihr einen Skillcheck verkackt? Ja, Moritz. Oh, ihr seid ja. Ihr habt den ganzer Knack. Oh, Gott, ey. Geht denn sowas? Ich konzentriere mich auf meinen Umfeld. Ja, aber du musst doch nur einfach Leertaste drücken, Moritz. Nee. Doch, hier steht Leertaste. Oder in deinem Fall Viereck wahrscheinlich, ne? Der 1. Ah, weich er dich dran. Oh, teile mich mal. Wir gucken, ob wir gleich mitmachen können. Wo ist der Killer? Na, 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 na. Ist ziemlich ruhig die Runde, ne? Moment, hier in der Mitte. Ja. Okay. Da muss ich das Kubasch wohl raus, wa? Okay. Ja, aber dir müsste ja einer abhängen. Muss ich schon weg mit der Nähe. Gut, eigentlich nur den Arsch draus hängen lassen. Habe ich gesehen. Sehr konsumatisch. Ein ziemlich geiler Arsch, oder? Dezent, haarig, aber... Die Form ist in Ordnung. Na, was soll ich denn die ganze Zeit? Hörst du nix? Wie? Wer? Ach du, verfickter Noten. Ah, toll. Da, wo es gefunkt hat, Martin. Da, wo es gefunkt hat. Nichts übersehen. Jeder kommt her. Das war ich. Als ob einfach einer Paletten wieder aufstellen kann. Wer kann Paletten aufstellen? Irgendein Perk, dass die Paletten wieder hochstellen kann. Före, der Fotzer. Habe ich noch nie gehört, dass Perk. Ich auch noch nicht, ich habe so gesehen. Ja, Martin hat ja gesagt, wie es heißt. Oh mein Gott. Das habe ich nicht. Ey, mach mal bitte den Senf fertig. Ich bin schon dabei. Lehn dich zurück, Moritz, und genieß die Show. Wieso hat Moritz eigentlich noch gar nicht gehangen? Ja, weil ich es gekocht habe, boah. Ja, ich habe ja... Oh, er hat mir nennt, obwohl ich ja einmal hängen. Und mit Kindern, dass man wie weit von mir, dass man wie weit du bist. Äh, 75. Der sieht, wie sie sich. Der muss gibt es nicht. 78%. Killer kommt zu mir. Mal einfach weiter. Ja, das habe ich gemacht. Aua, die ist direkt vom Szenen geblieben. Ich denke so, ja. Boah, gut, vielleicht sieht die mich ja wirklich nicht. Okay, ich muss mich einmal heilen. Ich bin da halt nicht ein Totem, was ich... Die sind bei mir, oder? Äh, ich höre sie doch. Ich versuch's nochmal mit dem, äh, Generator, wo ich eben war. Ich versuch's nicht mit dem Generator, wo ich eben war. Ich bin auch an anderen, direkt neben dem Haken, wo du am Anfang dran warst, Patrick. Ja, ich komme hin. Und sie kommt zu uns her, das war's. Hast du sie gesehen? Ja. Aber sie verfolgt ja jemanden. Nein, da hinten ist sie, oder? Hallo? Sie, ich sehe sie ja vielfältig. Aber mehr. Ja, die hat da irgendein Loser umgeschlagen, ich weiß nicht. Kann das von hier hinten nicht sehen. Vielleicht der Randy? Hat er sich denn von der umhauen lassen? Hortet Richtung Mitte. So, den hab ich erst noch fertig gemacht. Nee, dann wieder zurück. So, ich komme mal zu Martin. Ich muss mich Ball hängen lassen und den Ausgang auch machen, damit ich nicht mehr lange habe. Aber ich glaube, dann kriege ich morgen Schläge. Ach, das ist ja... Warum ist sie jetzt bei mir? Die kann doch zu euch kommen. Ach, das ist so unfair. Das ist so... Nein. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Die scheetetet. Ich kann gar nicht so weit weggehen. Warte, du die noch. Ja, sie kommt zu euch. Soll ich auch noch hin? Nee, ne? Oh, oh. Warte, die nicht. Ich wollte nicht, dass Martin und der Randy so schlecht aussehen, ne? Deswegen habe ich mich auch noch ein zweites Mal auf mir gelassen. Ah, nee. Zu wohin? Keiner von uns beiden verreckt ist. Nach da hinten. Das werde denn wahrscheinlich ich sein. Couch. Ist die Tür schon auf? Ja, die Tür ist auf. Jetzt mach die Tür an! Die Tür ist auf. Jetzt mach die Tür auf. Nein! Nein! Ach, komm! Sei nicht so! Sei nicht so! Martin ist schon wieder vorgehebt. Hat er einen Lack. 100 Punkte. Vielen Dank.